ja und damit willkommen zu einer neuen runde von industria so machen wir gleich weiter sind hier wieder in der bibliothek gestartet und wenn ich mache ja auch gleich mal den hier hallo guten tag ich weiß gar nicht mehr wo das letzte mal waren ich glaube in dieser wohnung von diesem ich kann mir die namen so schlecht merken da haben wir dieses foto mitgenommen und das soll man doch auf dem grab von seiner frau platzieren und jetzt sind wir hier wieder in der bibliothek ja jetzt müssen wir erstmal gucken wo wir hier wieder hin müssen ich habe soweit ich das beurteilen kann letztes mal an der schreibmaschine da hinten abgespeichert so dann gehen wir mal zur schreibmaschine hier ist auch dieser durchgang da müssen wir denke ich durch wie jedes mal benutzen mache ich nicht weil habe ich ja schon frage ich mich ich gucke jetzt gerade noch mal rein hallo ich benutze hallo zum glück so ja genau das war der letzte spielstand den wir hier hatten mal gucken mit dem mikro es passt ich denke schon gut ok november das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her wir haben aktuell den 12 januar 2023 also ja es fehlt wieder ein bisschen was zwischendrin deswegen also ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt eingangs bitte seht mir nach wenn ich die story ab und zu dann mal durcheinander würfel oder nicht mehr weiß was war wenn halt so ein großer zeitraum dazwischen war aber ich hoffe das ist ok und tut dem spaß hier beim zugucken keinen abbruch ich versuche das auch irgendwie alles mal zusammenzuschneiden dann kann man sich das komplett mal angucken am stück so ich gehe mal hier weiter bevor ich hier so weiter viele oder weitere worte verliere also ok wieder hier durch unseren betonflur mit diesen lichtern was haben sie denn hier hingeschmissen ok das zeug lag da bisher nie rum ich weiß nicht was das ist lichtstrahl oder so irgendwas keine ahnung gucken wir mal so ah das ist wieder die bühne also bisher habe ich auch nicht verstanden was uns das hier immer sagen will der bestimmt auch irgendwie eine bedeutung er bewegt sich wer ist das überhaupt ist es hier dieser volter den wir suchen den namen konnte ich mir merken oder sind es wir ach das war ein scheinwerfer sowieso aussehen ok und der zieht jetzt diese kugel hinter sich her so dann gehen wir mal weiter mal gucken wo wir jetzt rauskommen ab ins licht der hive ist eine intelligente künstliche fraktion die manchmal auch in rudeln was was errungenschaft freigeschaltet der sonne ganz nah ok ach ja stimmt wir waren ja auf dem zug sind aus der stadt gefahren so war das ich hoffe das passt von der lautstärke dahin ach ach du liebe zeit das sind lauter solche kugeln ok interessant auf jeden fall ich gucke mal im scharfschützengewehr ob man da mehr erkennen kann wenn man ranzoomt also da sieht man nichts bei diesem häuschen was ist denn das hier ist auch so eine riesen kugel und was es mit diesem roboter auf sich hat dieser riesen roboter aus der stadt wissen wir auch noch nicht äh was jetzt hallo ah endstation hier bist du also walter ok ich öffne mal das tagebuch i can see the chapel from the train it's close ja manchmal haben sie hier mit den übersetzungen nicht so hundertprozentig gearbeitet stimmt wir wollten ja zur kapelle und dies da drüben und ich sollte aber auch das bild wir haben ja das bild mitgenommen ähm auf das grab legen wenn ich das jetzt noch richtig in erinnerung habe so wir haben 8 uhr was steht denn da für name noch dran fjöck ok kann ich zu den schienen gehen oder ist nie gesperrt ah ne hier ist keine begrenzung ob ich hier irgendwo hin stapfen kann hm man weiß es nicht so genau oh der zaun ist relativ ist relativ ähm ja schief ziemlich schief das ganze da sind sie schief gewickelt aber hier ist doch bestimmt ende oder ja hier kann ich nicht weiter hier ist eine unsichtbare wand ich hätte gedacht ich kann den ganzen weg wieder zurück stapfen nein spiel gespeichert auch gut so ich guck mich nur mal um vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo was da ist bestimmt auch ende ja da ist auch ende wäre ja zu schön gewesen wenn man hier irgendwo im dickicht noch irgendwas finden könnte oder hätte finden können hm hm dann überall stehen hier autos rum ach die guck ich mir aber noch an ich bin ja hier nicht den direkten weg gegangen ok das sind diese trabis wie sie bei uns ähm in der richtigen 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 welt auch waren ist immer noch hier dieser ddr stil nix kann man nicht öffnen hätte mich auch gewundert so in dem häuschen ist da was drin jetzt bin ich einmal im kreis gelaufen hätte ich auch den direkten weg gehen können weil hier nichts außenrum ist ok die tür kann ich nicht öffnen da sind noch drei schalter drin die kann ich aber nicht betätigen so unser zug ok halt stopp nochmal gucken ah nur ein hocker alles klar schlagbaum können wir auch nicht aufmachen dann halt nicht so was haben wir denn hier was ist denn das ok dann gehen wir mal zur kapelle ich höre irgendwelche glocken also da kann ich nicht rein da ist zugemauert ne gibt auch keinen anderen weg oder auf der anderen seite mal gucken ne ich kann auch nirgends irgendwie eine leiter hohe oder so gibt es hier nicht so was haben wir denn hier ein computer atlas system und hier das bild kennen wir vom anfang also scheinbar hat er uns hier nicht vergessen die ganze zeit über dieser ähm walter ich vermute mal dass das walter ist und das andere sollen wir sein ach wenn das mal richtig rumheben würde hier also hallo ich kann hier so ja gut ok und ne zigarre und ne fette liegt hier noch rum gehört die musik hier zu dem system wow ein pc aus steinen und ne maus oh ziemlich weit geflogen das ding so es hört sich an als würde hier irgendwo musik her kommen aber es kommt nicht von hier wo kommt denn das her ah hier das sieht mir aus wie irgendwelche überwachungsgeräte von damals so waren die irgendwie damals mit bändern mit magnetbändern wurde da alles gespeichert zack zack weg aber auch etwas surreal warum ist hier dieses ganze büro equipment im freien und das mitten im wald mehr oder weniger viele viele fragen was heißt hier wenn radioactive gas hm komisch sehr sonderbar wo kommt denn jetzt die musik her war hier irgendwo ein radio habe ich das übersehen ah eine schreibmaschine sehr gut die benutze ich gleich ach hier ein radio aber ich kann es nicht betätigen kommt es von hier also ich kann hier nichts machen das ist hier einfach nur zur zierte das ganze zeug so wir speichern mal ja bitte gut 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 ja ich würde mal sagen ich lauf dann einfach mal weiter wenn hier eh nix ist aber das ist hier sehr sonderbar alles ich geh mal da rüber ich guck mich mal überall um was haben sie denn da hingestellt was ist das ach das sind hier diese gucklöcher wie im labor was 24 schon ab jetzt ah ok ich hab so das gefühl sind hier diese ganzen gegenstände gelandet von der anderen seite ist es das hier mitten irgendwo im freien ich weiß es nicht ah hier ist wieder alles zugewuchert ich guck mal ob ich hier irgendwo noch in der seite rumlaufen kann wahrscheinlich nicht ok wo geht es denn jetzt hier hin ich weiß ich müsste eigentlich da vorne hin was liegt denn hier noch rum ach ein haufen rohre da geht es noch eine treppe hoch da will ich eigentlich vorher hin bevor ich jetzt da weiter gehe ach ich glaube ich komme da sowieso nicht hin ne ich hätte gedacht das ist der hauptweg da ist aber nichts mehr ich komme hier nicht durch nein nein ich komme hier nicht durch steht da was drauf ja aber man kann es nicht lesen da komme ich aber auch nicht irgendwo hin oder ne da ist auch ende ok ne dann gehe ich zu der treppe da vorne das scheint der hauptweg zu sein so dann machen wir das mal so und alles im mit mit schnellem Fuße hier durch die Prärie wenn ich hier so die ganze Zeit laufen würde dann würde ich hier nie irgendwie zum Ziel kommen so wo sind wir denn jetzt hier oh das sieht aber auch ist das hier das Meer es sieht mal so danach aus und das ist die Kapelle oder was 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 liegt denn da vor ah moins müssen wir mal gucken das ist doch ein Schiff oder ok bin mal gespannt wie lange das Spiel noch geht ich vermute wir sind schon relativ weit und das nicht mehr so lange geht wow ruckel ruckel sorry ah ja jetzt sind wir hier oben genau alles klar ich gehe nichtsdestotrotz hier nochmal gucken was es hier gibt so was haben wir denn hier also Victor von Bülow November 12. November was 1923 Caro richtig also ich Vico von Bülow L'Oreal da da das kenne ich meinen sie den Caro richtig ist das ein Ausspruch von ihm ich bin mir nicht sicher so was steht denn hier Marelein Marelein brennt geborene Tannhauser 13. August 1961 gestorben in Hackerwig Oktober 2001 Ruhe in Frieden ok ich werde das nie vergessen Errungenschaft freigeschaltet Ah das ist die wo wir das Bild das Bild hinstellen sollen was ist mit dem Radiorauschen jetzt gewesen wollte er uns was sagen Hugo Solheim geboren 2017 gestorben 2000 2000 was 18 es hat einfach nicht gepasst sind das teilweise irgendwelche Unterstützer von dem Spiel hier Eckart und Hagen geborene Zepf und was Zepf und Jung 10. Februar 2017 unmöglich Braumeister ok M. Schuster geboren 6. Juni aha 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 gestorben aha aha Ruhe in Frieden Ah Oh da ist noch so ein Schiff einfach am Strand irgendwie liegen geblieben kann ich hier runter? Ne hier ist Ende ja irgendwie hat es hier grad was von Ende deswegen vermute ich mal dass es nicht mehr so lange geht so Szene verlassen ok Errungenschaft freigeschaltet hängende Boote mhm ah hier es ruckelt ein bisschen so jetzt hat es aufgehört was haben wir denn hier jetzt sind wir ok Spiel gespeichert sehr gut da liegt jemand ich glaube das ist die erste richtige Person die wir hier so treffen im Spiel ja ich geh gleich hin ich guck mich hier noch um kann ich da irgendwie hoch? ne alles klar ne ich glaube wir müssen zu ihm hin dann gehen wir mal zu ihm schon wieder Szene verlassen schon wieder Szene verlassen oh ok dann gucken wir mal ah der Walter ja ähm ok ah jetzt laufen wir Richtung Bühne ok mhm okay das ist mal ich ich walt Mann walt 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 No, no, wait, wait a second, I don't get this. Walter, stop, this all, this, this can't be, Walter, please, wake up, this is all wrong. After years of fighting with my fire, I will continue with silence. Now, I have a parasite with the powers, as Atlas is in this world. Oh my god, Walter, please, you didn't do any of this. I'm deeply rooted into the universe, and the cost of my life is so far, and so much, a small sacrifice for our souls, and so forth. Why can't we just leave, why can't you just wake up, and we'll go back home, and it'll be fine. Walter, please. I don't even get who they are, where are we anyways, what the hell, where was I for the last 20 years, Walter? No, no, you're not doing this to me again, you, don't leave me again. I never want to drag you into this, I'm so sorry. Don't leave me, please, stop. I'm so sorry. We'll see each other again, please. I promise. Remember. Go, cause you must confess the things you've done. All I have done all I have come. Go, if I believe. The Faith in you will grow. Oh, 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 oh And ask for change And go Cause you're lost If you lost the dream you had Okay, das war also Interstria Das hat jetzt aber sehr schnell geendet und abrupt und lässt einiges an Fragen noch offen Äh, der Walter war ziemlich wahrscheinlich noch in seiner, in seinem Projekt verstrickt So, und jetzt geht's weiter Nein, das war's, okay Ich hätte gedacht, da geht's noch ein bisschen mehr Ähm Ja Das war also Interstria, ist doch schneller zu Ende gewesen, als ich gedacht hätte Ähm Und das jetzt nicht mal in gut einer halben Stunde Äh, ja Gut Also wie gesagt Da gibt's noch einige Fragen, die offen sind Und ich hoffe aber Ähm Vielleicht gibt's ja mal eine Fortsetzung zu Industria Wo das vielleicht noch ein bisschen mehr aufgeklärt wird Und Ähm Ja Diverse Fragen vielleicht beantwortet werden Jetzt wie am Schluss Was das alles auf sich hat Was ist mit der Stadt passiert Geht mal da noch ein bisschen mehr Informationen Was ist das für ein Riesenroboter Der da rumstapft Wer sind diese Roboter-Menschen überhaupt Wo sind die hergekommen Ist das alles durch dieses Atlas-Projekt Äh, passiert Ähm Was ist mit Walter Was denkt der sich Von wegen Ähm Kann er jetzt nicht mehr loslassen Oder Das sind alle so Sachen Und was ist mit uns jetzt hier Wir sind jetzt hier in der Welt gefangen Kommen nicht mehr zurück Das sind alle so Sachen Ähm Ja Die irgendwie jetzt noch offen sind Aber so an und für sich War das Spiel eigentlich Ein nettes, kleines Spiel So für zwischendurch Äh, ja Natürlich hab ich ein bisschen länger Wieder gebraucht Weil, ähm Ja Ging halt nicht immer Äh Und, ähm Ich hab's wirklich im Stream Jetzt fertig gespielt Ich weiß nicht, ob jetzt die letzte halbe Stunde Irgendjemand zugeguckt hat Ähm Und, äh Nochmal Sorry Für die ganzen Performance-Probleme Ähm Da hat mein Rechner Echt Probleme mit dem Spiel Aber ich sag's nochmal Ich denke Es liegt wirklich am Spiel Weil andere Spiele Die laufen Bei selber Grafikkonfiguration Um einiges besser Mit, äh Stream Ähm Aber okay Dann bedanke ich mich wieder Wie immer fürs Zusehen Und, ähm Würde mich freuen Und jetzt seht das nächste Mal wieder Oder schaut das nächste Mal wieder rein Bei Einem neuen Spiel Und, ähm Bis dahin Verabschiede ich mich dann mal Bis dahin Tschüss ! Bist de